Der Ausdruck wächst. Ich hab sooo Schiss, Alter. Vielleicht. Nein. Das sieht doch schnell aus. Nein. Weiß ich noch irgendwie gar nichts. Schade, der ist überhaupt der Rasierer. Ich bin scheiße. Egal, Schatz, das ist einmal in meinem Leben, Alter. Ich glaube, ich weiß, wie ich danach aussehen. Hat jemand Elite geguckt? Und weiß jemand, wer sich da auch so eine Frisur macht? Es gibt dann einen... Alter, ich sehe einfach aus wie Trinix. Da ist das krank. Ey, soll ich einfach so aufhören? Ey, weißt du, wie ich jetzt aussehe? Ey, hat jemand von euch einen Lehrer? Weißt du, kennst du die Lehrer bei euch? Die genauso aussehen? Einfach so Lehrer? Also, ich weiß schon, dass ich später zurück die Haare transportieren lasse, ne? Dann sieht das so beschissen aus. Ey. Ey, ich könnte jetzt einfach an meine Schule gehen und sagen, ich bin der neue Vertretungslehrer. Sie würden denken, das bin ich echt. Ist das geil, ist das krank? Egal. Ja, okay, dann kann ich noch mit dem Stream reden. Also, dann müssen wir noch kurz länger hier drunter im Chat. Ich bin echt gespannt, wie das Ganze am Ende aussieht. Na, Schatz? Und ich? Ich habe ja Scream-Lake gerade kurz. Telekom macht Faxen. Ja, wollen wir nämlich auf die Stimmen und Bildsynchro? Das hat überhaupt nicht Bescheid. Aber Telekom hat Probleme. Und dann sieht das sehr schissen aus. Hopp, hopp. Hey, ich finde es gar nicht so schlimm. Doch. Ist auch schlimm. Du kannst Frustell drin werden, ohne Witz. Oh, das ist einfach voll schwer. Und nichts einfach hier drunter spülen, gell? Ne, ne, ich mache es. Ich hole mir gleich eine Tüte und mache es da rein, okay? Du bist jetzt Rocky, der schläft, der hat heute eine Spritze bekommen gegen Tollboot. Ey, ohne Witz, weißt du, wie sie aussehen? Wie so ein Amerikaner? Kennst du die Amis, die so rumlaufen? Ich könnte jetzt einfach nach Amerika einreisen. Seine Freundin ist geil. Ja, vielen Dank. Das Kompliment. Die Seite soll ich so lassen? Ey, Schatz, das wäre fertig für eine neue Trendseite. Das ist so geisteskrank. Wofür haben wir denn mal Akku-Wärts lernt? Jetzt mal ehrlich, wer würde sich auch trauen, während der Quarantäne, also alle meine einzelnen Chat, wer sich auch trauen würde, während der Quarantäne seine Haare auf drei oder sechs Millimeter zu machen, der es nicht schon hat. Jetzt mal wirklich, wer würde sich das trauen? Ich meine, Quarantäne wird noch so lange gehen, ich sage es euch, die dauert noch locker drei bis vier Wochen, ne? Kein Witz. Ich mache jetzt so eine neue Bewegung, also so eine... Ich mache eine neue Bewegung, ja, so... Wann das da? Ne, was da ist das? Lass die hinten einfach so schütteln. Das sind sechs Millimeter, ne, Valerie? Ich glaube, mein Hund erkennt mich nachher nicht mehr. Moment, lass mich das hier vorne. Ja, man sieht... Guck mal, aber weißt du, dass ich Geheimratsecken habe? Alter, sieht man es richtig krank, Alter. Verfickte Scheiße. Machen wir mein Bad auch noch auf sechs, dass es passt? Ah, perfekt. Ja, Bad machen wir auch auf sechs. Schwere ich selber... Ich habe immer so Geheimratsecken. Das ist ja insane, Alter. Das ist ja eine neue Bewegung. Ey? Alter, jetzt sehe ich es nicht mehr auf den. Allerdings, kennt ihr mein... Ey, hier ist Schofield. Seht so aus wie Schofield. Sehr ehrlich, Schatz. Ja, vom Prison Break. Ey, sag mal ehrlich, eins in den Chat, wenn ich aussehe wie Schofield. Das ist einfach nur aus der Zerahnen. Scheiße, zu viel zu weinen, Alter. Ich will mehr Einzelhaben. Ich will mehr Skofield sind wegen so fünf Shows. Aber echt, ich habe so... Ich habe so krase Geheimratsecken, ne? Das ist insane, Alter. Ich schaue, ich gehe nächstes... Nächstes Jahr, wenn Corona-Dings fertig ist, gehe ich mir direkt Haare transportieren. Ich habe... Dann wird es fresh aussehen, sehr ehrlich. So mit Sex. Hier wäre das weg, wäre das full. Nicht? Ich schaue, hier hat sich schon mausam ehrlich. Nächst. Scheiße, alles. Ohne Witz, jetzt könnte ich locker Alkohol kaufen, hier. Ohne Ausweis. Ich gehe auch noch, ich gehe auch in die Türkei. Ey, sei mal ehrlich, wer von euch hätte gedacht, es sieht schlimmer aus? Jetzt mal wirklich. Ich hätte gesagt, es sieht schlimmer aus. Es sieht jetzt nicht krass aus. Es passt auch nur zu mir. Aber ich glaube, es sieht schlimmer aus, jetzt mal wirklich. Also klar, es sieht jetzt nicht übel fresh aus oder so. Aber ich sehe älter aus, einfach nur für mich. Und ich habe ja gesagt, ich habe so ein bisschen Eierkopf. Dazu stehe ich auch, da habe ich mir auch kein Problem mit, ne? Sonst muss ich meine Haare nicht mehr trocknen nach dem Duschen. Soll ich danach deine Augen abmachen? Mhm. Ohne Wart mehr lost. Aber wir können auch 6 mm, glaube ich, machen. Ich glaube, das wird besser aussehen. Ja, soll ich das jetzt aber auch mal einfach machen? Na, warte kurz. Ist es schon fertig? Überall 6? Nee, oder? Hast du geguckt, dass auch alles gleichmäßig ist? Ja. Es fehlt noch blauer Pfeil, dann bin ich... Entschuldigung, ich habe hier den Pfeil schon. Ich bin schon Avatar mitge... Ey, das sieht so heftig, dass ich Geheimratzeichen habe. Das tut mir gerade so in der Seele weh. Ey, wenn ich irgendwann mal, falls das Fehl schlägt mit dem Implantieren, soll ich mir eine Glatze machen? Was mache ich dann, Schatz? Glatze, glaubst du? Nein. Was dann? So wie vorher. Aber Geheimratzeichen sind viel zu heftig. Glatze Matratze. Warte, ich muss mal nach hinten. Oh. Gibt das? Das geht jetzt alles auf mich. Du willst den Chat-Kommentieren, oder? Ja, nicht. Das soll das Leute machen. Richtig von mir im Chat-Kommentieren. Jetzt habe ich den Kopf falten. Du bist extrem alt. Wow. Ey, ist so anstrengend. Du bist so dumm. Du bist so dumm. Du bist vollständig, was ihr da kennt. Warte, mir. Also, ich muss das so machen. Ich hätte mich gemerkt, ja, da. Ich bin doch auch schon zu lassen. Ich bin doch ganz gut. Was sonst? Das heißt, die Taube. ich brauche jetzt eine note von 1 bis 6 1 bis 6 note und auf ehrlich warte nach hinten wie einstellen also kommt er weg ich muss nur das ding abzählen alter schwitzer und danke für den verlängerung von dem sattdiskuss ja immerhin ein paar positive sachen was in einer kommt damit kann ich leben mehr von euch hat elite geschaut ich sehe das aus wie der andere wir finden auch der ohrring links ich brauche noch kräfte so eine böse aussage und ist ganz nah Das war es so, ne? Das war es so, ne? Ja, das ist vorausgewissen. Ja, warte jetzt nach oben, da hat er überall. Wo überall? Du, Jesse Pinkman, kennst du Jesse Pinkman? Sei ehrlich, ein bisschen Jesse Pinkman. Eins im Chat, wenn ich Jesse Pinkman bin, zwei wenn ich Walter White bin. Ich weiß es gleich, ich sehe es nicht von hier. Guck mal in den Spiegel, vielleicht ein bisschen. Ja. Weiß ich. Boah. Ey. Soll ich mir alle finden, sehe ich eh nicht, Chad. An wen erinnere ich euch? Ey, so schlimm ist es nicht. Also klar, es zieht jetzt nicht überall. Das ist schuld zu. Wieder fangen erst mal raus und ziehst raus und raus. Äh. Okay, warte, kannst du dann so lange hier mit dem Chat interagieren? Na, ich weiß nicht, kannst du ein paar Fragen beantworten. Könnt ihr nie nach Sachen fragen, sonst muss man wundern, wenn ihr wollt. Jetzt hat ruhig auch gleich eine Tüte. Warte, ich muss ja kurz die Rosawatt drin ausschütteln. Kannst du holen lassen. Nieder beantwortet kurz die Fragen. Ich sehe aber nicht aus wie Caillou. Ich sehe aber nicht aus wie Caillou.